Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Arabi Money for Brothers Arabi ist ein junger Rapper, der bei dem Frankfurter Label Boss Music unter Vertrag steht. Nun kommt das erste Mixtape des Karlsruers. Money for Brothers beinhaltet 23 Tracks, Features kommen unter anderem von Azad, Chase und Aye. Das Album kommt über Boss Music und erscheint digital. Cashmo und Twin Welcome to Hate 2 Der erste Teil Welcome to Hate erschien im Dezember 2018. Jetzt steht der zweite Teil an. Welcome to Hate 2 beinhaltet 7 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Die EP kommt über Rapper aus Prinzip und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.